Joseph Parker, ein neuseeländischer Boxster, wird seine ersten NFTs auf der VB-App launchen. Außerdem schauen wir uns die Drop-Details an für den Musik-Drop von Ron English, sowie auch nochmal den Omikus und viele, viele weitere spannende Sachen. Das alles jetzt in diesem Video. Starten würde ich an dieser Stelle hier mit dem nächsten Drop, und zwar den wir ja schon im Prinzip vor einigen Tagen angekündigt bekommen haben durch einen kleinen Leak. Und zwar wird nämlich der Boxer Parker hier seinen ersten Drop auf der VB-App machen, und den finde ich persönlich relativ cool. Das Ganze wird hier am nächsten Mittwoch um 17.00 Uhr in deutscher Zeit droppen, und wir werden hier einmal ja im Prinzip Boxhandschuhe bekommen. Hier wird nochmal so ein bisschen was zu der Story von ihm geschrieben. Er ist selbst Neuseeländer und ist hier auf jeden Fall mit drei Collectibles vertreten. Wir haben hier als erstes einmal eine Ultra-Rare, und wir haben hier einen Listenpreis von 20 Gems, den ich wirklich in Ordnung finde. Insgesamt gibt es hier 825 Editions. Das Ganze ist natürlich eine First Edition. Und als nächstes haben wir dann hier ein Bild von ihm. Finde ich irgendwie ein bisschen schwach gewählt. Finde ich, hätte man irgendwie was Besseres machen können. Nichtsdestotrotz das Ganze hier auch mit einem Listenpreis von 20 Gems, da das ja eine Blindbox ist, und auch 825 Editions. Als nächstes haben wir dann hier die altbekannten goldenen Handschuhe, die Secret Rares. Und diese finde ich persönlich jedenfalls sehr, sehr cool. Davon wird es nur insgesamt 342 Stück geben. Natürlich hier auch eine First Edition sein. Und das Ganze finde ich persönlich schon mal sehr, sehr interessant. Hier ist es übrigens so, dass die First Mint die 41 sein wird, und nicht die 21, so wie es wir in den letzten Drops teilweise gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz trotzdem ein sehr, sehr cooler Drop. Ich werde den definitiv mitnehmen. Und schauen wir uns nochmal Joseph Parker selber an. Wir hatten es auch in den letzten Videos schon mal angesprochen. Joseph hat hier insgesamt über 370.000 Follower allein auf Instagram, was schon mal auf jeden Fall nicht schlecht ist. Und hat dementsprechend auf jeden Fall auch eine ordentliche mediale Präsenz in seinem Bereich. Und ich gehe auch hier auf jeden Fall davon aus, dass er das Ganze natürlich auch auf Social Media teilen wird mit den Collectibles. Und dementsprechend wir hier auch eventuell einige neue User für die App gewinnen können. Kommen wir zum nächsten Drop, und zwar dem Musik-Job von Ron English. Und schauen wir uns mal die Drop-Details dazu an. Das Ganze wird hier Series 1 sein. Das heißt, wir können hier sehr wahrscheinlich auch noch in Zukunft einige weitere Serieses sehen. Mit weiteren Songs beispielsweise. Das Ganze wird hier auf jeden Fall mit einer Jukebox kommen. Die haben wir ja schon gesehen. Und diese wird im Prinzip wahrscheinlich so die Station sein. Dann auch für kommende Drops, wo man dann zum Beispiel diese Platten, die wir uns gleich anschauen, im Prinzip abspielen kann. Das Ganze wird einen Listenpreis von nur 15 Jumps haben, was ich wirklich in Ordnung finde. Das Ganze wird hier am 9. März um 17 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Das heißt, am Samstag. Die Edition-Auflage ist hier bei 4444. Das ist natürlich eine First Edition. Und die First Publicment ist hier bei 41. Als nächstes kommen wir dann zu dem, ja, anderen Drop mehr oder weniger. Denn das Ganze wird hier nämlich in zwei Phasen laufen. Wir werden nämlich hier dann den Song selbst, werden wir nämlich ja dann am 9. März um 18 Uhr deutscher Zeit sehen. Also eine Stunde später. Das Ganze wird hier einen Listenpreis von sieben Gems haben. Unter anderem eine Editionzahl von 1200 Stück. Unter anderem natürlich auch hier eine First Edition sein. Als nächstes kommen wir dann hier zu dem weiteren Collectible. Das sind alles im Prinzip Schallplatten, aber halt in unterschiedlichen Formaten. Sie spielen aber trotzdem denselben Song hier ab. Das Ganze wird hier im Prinzip dann mit einer Edition-Auflage die goldene Variante mit 600 Stück kommen. Eine Ultra Rare sein und natürlich auch eine First Edition. Anschließend kommen wir hier zur Platinum-Version. Das Ganze wird eine Editionzahl von 200 Stück haben, also eine sehr geringe Auflage. Und hier wird zum Beispiel die First Publicment bei der 21 liegen. Und ich persönlich finde den Drop auf jeden Fall interessant. Spannend doch, aber wiederum nicht. Denn ich persönlich habe mir auf jeden Fall den Song angehört, wenn es der Song ist, den ich jedenfalls auf YouTube gefunden habe. Ich werde ihn euch mal unten in die Videobeschreibung packen. Und ich muss sagen, für mich persönlich ist das definitiv nichts. Ich bin trotzdem beim Überlegen, ob ich mir hier oben die Jukebox hole. Denn man weiß ja nie, was für Songs hier auch noch von Roland Englisch rauskommen, die man vielleicht dann doch mag. Von daher, ich denke, das Ganze wird sowieso unter Drop-Preis fallen. Und dann kann man hier vielleicht für 5 bis 8 Gems mal eine mitnehmen und schauen, was in Zukunft so kommt. Kommen wir nun zu einem Ereignis, was ich wirklich spektakulär finde. Und zwar gibt es nämlich momentan einen Charakter, beziehungsweise einen Player im Markt, der massiv Wall-Statuen verkauft und dafür den letztlich gedroppten Black Panther Mighty kauft. Und ich persönlich finde das mehr als skurril, dass man hier eine Patner-Statue abstößt für einen Black Panther Mighty, der nicht mal eine FA ist. Denn wenn wir uns das Gesamte hier mal anschauen, das ist nämlich die eigentliche FA vom Black Panther. Und zwar nämlich hier in dem Fall auch noch die Seagull Rare Black Panther Ultimate Animated. Also eigentlich sollte man denken, diese Version sollte auf jeden Fall deutlich teurer sein. Aber nein, sie liegt momentan bei einem Floor-Preis von 225 Dollar. Und wenn wir uns jetzt mal hier den Black Panther Mighty anschauen, dann liegt dieser einfach mal bei 932 Dollar. Also extrem, extrem teuer, verhältnismäßig auf jeden Fall zu dem anderen Black Panther. Diese hat sich jetzt, wenn man das mal wirklich ganz genau anschaut, wir haben jetzt hier die erste Seite voll, nur mit Black Panthers und es gibt nur insgesamt 210 Stück Public verfügbar, dann ist das schon wirklich Wahnsinn, wie viele Editions er davon hat. Und wenn wir uns das Gesamte hier nochmal anschauen, insgesamt hat er 23 von diesen Collectibles, also ungefähr 9,2% des gesamten Supplies. Und dementsprechend natürlich auch hier eine enorme Macht über diesen Supply. Hey, da wir hier natürlich hier nur, wie gesagt, 250 Editions haben, beziehungsweise 210 Public, hat er hier eine ordentliche Marktmacht. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr sowas findet. Findet ihr, sowas sollte eigentlich verboten sein, weil es dann in Marktmanipulationen übergeht? Oder sagt ihr, hey, ist ein freier Markt, kann ja jeder machen, was er will? Schreibt es mir sehr gerne mal unten in die Kommentare. Kommen wir noch zu einem weiteren Post, und zwar nämlich von The Intern. Und ich habe ihn auch selbst auf der Convention Inox her getroffen, und er hat jetzt hier mittlerweile angefangen, über Stacker, über die API, immer mal wieder doch recht spannende Posts zu machen. Schaut auf jeden Fall auch mal sehr gerne unten in der Videobeschreibung nach. Dort habe ich seinen Twitter-Account verlinkt, wirklich sehr, sehr cooler Content, den er hier bringt. Und wir können uns zum Beispiel jetzt mal anschauen, die Last 4 Comic Drops, wie die denn eigentlich so gelaufen sind. Und was ich hier daran so spannend finde, wir können uns das Gesamte mal anschauen. Hier sehen wir zum Beispiel, wie viele Collectibles es insgesamt dort sozusagen Public gab, und wie schnell die im Prinzip auch verkauft wurden. Hier wurde der zum Beispiel direkt sold out, aber zum Beispiel hier beim Onkel Scrooge ist das sehr interessant zu sehen, wie viele Comics denn hier in welchem Zeitraum gekauft wurden. Zum Beispiel die 1868 wurden direkt gemintet, und in der ersten Stunde wurden dann nochmal 1062 gemintet. Das heißt, wir reden jetzt hier in etwa von 3000 Comics, die ungefähr bis jetzt ebenfalls gemintet wurden, Stand dieses Tweets. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr interessante Analyse, und wir haben auch schon ein paar andere Analysen und Tweets auf jeden Fall von ihm gesehen. Das heißt, wenn ihr auf jeden Fall mehr davon sehen wollt, schreibt es mir auch sehr gerne unten in die Kommentare, dann werde ich das auf jeden Fall weiter mit aufnehmen. Und kommen wir nochmal zum Omikurs, der sieht momentan nämlich auch, finde ich jedenfalls, relativ gut aus. Wir sind momentan 1,2% im Plus, und wenn man sich das mal hier auf dem monatlichen Chart anschaut, ja, dann sieht es eigentlich erstmal sehr, sehr positiv sowieso aus. Und auch wenn wir uns das Gesamte hier nochmal auf dem Chart anschauen, dann fällt hier doch etwas sehr Interessantes auf. Denn wir haben ja ein ähnliches Muster immer und immer wieder jetzt gehabt. Zum Beispiel hier hatten wir eine ähnliche Situation, wie wir sie jetzt hier haben. Der Markt ist sehr stark gestiegen, hat sich dann erstmal abgeflacht, ist hier in einen Bereich gekommen, hat hier sozusagen sein Low gesetzt, und ist dann weiter gestiegen, hat hier sogar ein höheres High als hier gemacht und dementsprechend dann aber wieder abverkauft worden. Hat dann hier diesen orangenen Bereich, der auch in der Vergangenheit schon äußerst wichtig gewesen ist. Wer meine Videos schaut, der weiß das sowieso. Aber jedenfalls hat er hier auf jeden Fall nochmal reagiert und wir sehen jetzt, wir haben hier einen relativ leichten Anstieg gesehen, den sehen wir jetzt hier auch. Und dann einen massiven Pump. Ich persönlich rechne auf jeden Fall mit einem massiven Pump jetzt in den nächsten Tagen in diesen Bereichen wieder und dann hoffentlich auch in weitere Bereiche darüber, dass wir hier im Prinzip dieses Top im Prinzip brechen und damit dann auch wirklich hier aus diesem Loch bei diesen drei Nullen rauskommen, nachhaltig. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was natürlich auch nächste Woche für uns bereithält. Denn für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, nächste Woche ist eine große Convention, und zwar nicht die South by Southwest. Und das ist eine Convention, wo wirklich sehr viele einflussreiche und auch interessante Leute hinkommen. Beispielsweise Elon Musk ist auch auf dieser Messe da. Ich werde auf jeden Fall nächste Woche zu dieser Messe und natürlich auch zu dem Announcement, was Vivi dann dort wohl machen wird, weil sie dort einen Auftritt haben, dann auf jeden Fall nochmal ein einzelnes Video machen und euch das nochmal detailliert alles aufschlüsseln, was das Ganze denn eigentlich ist und natürlich was auch dort vorgestellt wurde. Das könnte natürlich auch definitiv je nach Announcement hier auch potenziell für Explosionen nach oben sorgen, eventuell natürlich auch nach unten. Das werden wir dann sehen, aber für mich persönlich sieht es erstmal kurzfristig hier auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Das waren auf jeden Fall die wichtigsten News jetzt zur Mitte der Woche und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgenmittagelabend und bis dann, dein Käpt'n. Ciao, ciao. Ciao.